Kennst du schon? Buddel Buddel Dat beschreibt ne Flasche. Stell dir vor, du bist auf hoher See und um dich herum ist eine weite Wüste aus Wasser. Wenn du jetzt nichts besseres zu tun hast, dann bleibt dir nur noch der Griff zum Seemannsrum. Und den findest du für gewöhnlich in der Buddel. Und den findest du für gewöhnlich in der Buddel.